Ich brauche kein Essen loslassen, ich glaube, wann passt es nicht. Guck mal, wir haben einen Taschen. Wir filetieren den mal eben. Du brauchst doch nichts abgeben, du kriegst alles zurück. Genau. Sünder. Ja, weiß doch nicht, ne? Da das ja auch so flach ist, hätte ich auch nicht gedacht. Oh, oh, das ist viel zu groß.